Der Bundesrat hat wieder einmal mehr erkannt, was wirklich wichtig ist für ein Land, für eine Nation. Ja? Après-Regime. Und deswegen hat man hier Vaterschaftsurlaub nein, aber gern. 1 Milliarde ist jetzt zugesteckt worden. Es gibt einen kleinen Zustupfen für die Olympiabewerbung Winter-Olympiade 2026. Und das wird in Sion stattfinden. Und ich finde das noch interessant, die haben sich beworben, ganz normal. Wie bewerbt man sich für Olympische Spiele? Wir haben hier wirklich geklaut, diese Bewerbung. Schau mal so, ja. Goldiges Couvert ist natürlich wichtig. Dann ein wenig überfrankiert. Schauen wir mal dahin. Was ist denn? Dann natürlich ein wenig Stopfmaterial. Dass sie auch nicht kaputt geht oder verknittert, diese schöne Bewerbung. Das muss natürlich drin sein. Schauen wir mal bitte die Bewerbung selber. Sion hat sich beworben. Was ... Oh! Das ist jetzt nicht unbedingt die Bewerbung. Es ist mehr eine Drohung. Aber ich denke, sie wird funktionieren. Ja? Das ist ein Beitrag zur Olympiade. Viel Glück, Sion an dieser Stelle! Ja! Ja!